Das hier ist die neue Insta 9408 K2 Plus, eine wetterfeste Überwachungskamera mit Nachtsicht und eine Auflösung von 2560x1044 Pixeln. Sie kostet rund 300 Euro, ist damit recht teuer, wird aber von der deutschen Firma Insta entwickelt. Eine weitere Besonderheit ist hier die Cloud im deutschen Rechenzentrum und außerdem gibt es hier eine sehr umfangreiche Weboberfläche, das ist mittlerweile nämlich selten geworden. Dies ist eine der wenigen Kameras, bei der du kein Smartphone für die Einrichtung brauchst und um sie zu nutzen, brauchst du auch kein Smartphone, da reicht auch ein PC aus, eine App gibt es aber. Die 9408 hat auf jeden Fall alles, was du für ein nachhaltiges, umfangreiches Überwachungssetup mit vielen Funktionen benötigst. Ich beginne dieses Mal mit dem Einrichtungsprozess, das ist natürlich langweilig, das weiß ich auch, aber du musst hier unbedingt einige Dinge wissen, damit du Zeit, Arbeit und Nerven sparst. Für die Einrichtung müssen wir die Kamera hier allerdings aufschrauben und dafür gibt es auf der Rückseite vier Schrauben. Im Inneren siehst du jetzt außerdem den Reset-Knopf und den SD-Karten-Slot mit einer 32 GB SD-Karte. Ich empfehle dir jetzt die Kamera per Netzwerkkabel anzuschließen, das geht allerdings auch per WLAN, per LAN ist es aber einfacher und wir müssen sie sowieso öffnen, um den Stromanschluss an den roten Anschluss anzuschließen. Bis der Setup-Prozess jetzt abgeschlossen ist, solltest du die Kamera erstmal offen lassen. Das Setup ist jetzt super einfach, du gibst es einfach in die Browserzeile ein, https//install.instar.com Dann erscheint auch schon direkt der Setup-Assistent und der ist so gut durchdacht und so einfach, dass ich hier darauf verzichten werde, das dir im Detail zu erklären. Zeit, die Kamera wieder zuzuschrauben, aber es ist hier wichtig, welchen Dichtungsring du vorher wählst. Es gibt nämlich drei verschiedene Dichtungen und je nachdem, wie viel Kabel du hast, nachher nimmst du die dementsprechende Dichtung. Ich habe hier nur ein Kabel, deswegen nehme ich auch die Dichtung mit nur einem Loch. Kabel durch die Dichtung führen und den Deckel aufschrauben. Jetzt schraubst du die Kamera wieder zu und wenn du die Kamera per WLAN nutzen willst, dann schraubst du hier noch die WLAN-Antenne auf. Was ist jetzt bei dieser Kamera besonders beeindruckend? Die Modelle von Insta, die haben die umfangreichste Web-Oberfläche, die ich kenne. Die Dokumentation ist exzellent und auf Deutsch verfügbar. Im Web-Interface lassen sich Zeitpläne, Bewegungszonen und mehr festlegen. Zudem gibt es eine Objekterkennung, eine Menschenerkennung, eine Tiererkennung und eine Fahrzeugerkennung. Außerdem kann die Kamera auf Geräusche reagieren und eine permanente Aufnahme im Dauerloop, die ist auch möglich. Außerdem gibt es WDR und umfangreiche Bildeinstellungen. WDR sorgt dafür, dass bei einem hohen Kontrastverhältnis das Bild trotzdem gleichmäßig belichtet bleibt. Da blende ich jetzt auch mal kurz ein Beispiel ein. Bei Alarm erhalten wir hier eine Push-Nachricht oder wir können uns auch E-Mails zusenden lassen mit Screenshots. Außerdem können wir auf Wunsch die Bilder und die Alarmaufnahmen direkt auf einen FTP hochladen. Was auch sehr interessant ist, ist folgende Funktion. Du kannst einschauen, dass die Kamera alle paar Sekunden ein Bild macht. Und dieses Bild kannst du dann auf einen FTP hochladen. Und zwar bleibt der Dateiname dabei gleich. Das heißt, das Bild aktualisiert sich immer wieder. Die Frage ist jetzt, wann brauchst du das? Das ist eine einfache Methode, um das Bild dann in der Webseite einzubetten. Und da kannst du zum Beispiel zeigen, was beim Vogelhaus gerade los ist oder wie das Wetter vor dem Hotel ist. Eine Alexa-Integration steht auch zur Verfügung. Die habe ich auch schon getestet. Da werde ich im Testartikel nochmal genau drauf eingehen, was die Befehle angeht und so weiter. Alexa, zeige mir Kamera 2. Okay. IFTTT, Google Home, MQTT und Apple HomeKit sind möglich. Beim HomeKit ist es aber so, da ist das Secure-Video noch nicht in der Firmware drin. Da kommt wohl noch ein Update. Das stand zumindest in den News. Das waren natürlich nur die wichtigsten Funktionen in Kürze. Ihr kennt mich ja. Aber ich habe noch ein separates Video erstellt. Ganz ausführlich. Und das verlinke ich dir hier rechts oben. Falls du also ganz genau Bescheid wissen willst, dann schau da auch mal rein. Die Kamera selbst, die ist hier sehr hochwertig verarbeitet. Das Gehäuse besteht aus Metall und das gleiche gilt auch für die Halterung. Die ist auch komplett aus Metall. Top verarbeitet und alles, was du brauchst, liegt hier bei Bohrschablone, Inbusschlüssel, Schraubenzieher und natürlich Dübel und Schrauben. Vorne siehst du das Objektiv und außerdem fünf große Infrarot-LEDs für die Nachtsicht mit einer Reichweite von 10 bis 20 Metern. Eins ist hier noch ganz wichtig zu wissen. Du kannst hier vorne die Front abschrauben und darunter befindet sich das Objektiv. Das kannst du dann vorsichtig drehen und dadurch veränderst du die Tiefenschärfe. Und da ist es so, ist zum Beispiel die Tiefenschärfe nicht auf der Grenze, wo du sie haben willst. So kannst du die halt anpassen, dass es genau an der Stelle, wo du es haben möchtest, dann scharf ist. Ein Mikrofon ist hier verbaut, aber ein Lautsprecher nicht. Im Inneren gibt es aber einen Anschluss für einen Lautsprecher. Da kannst du also einfach einen externen anschließen, wenn du das möchtest. Die App ist hier simpel und einfach und ermöglicht den Zugriff auf die wichtigsten Funktionen, sowie auf den Live-Stream und auf die Aufnahmen der integrierten SD-Karte. Zudem gibt es hier einen speziellen mobilen Datenmodus. Den können wir dazu nutzen, um den Videostream anzupassen und Datenvolumen einzusparen. Der Videostream hat hier unter einer Sekunde Verzögerung bei einer Signalstärke des WLANs von 88%. Auch die Push-Nachrichten kamen recht schnell. Das dauert ca. 2-3 Sekunden. Insta bietet zudem eine Cloud an und die Preise sind recht fair. 5 Euro fürs 10 GB Monatsabo und das Jahresabo mit 50 GB, das kostet 130 Euro. Erstmal können wir die Cloud aber für 30 Tage kostenlos testen. Die Mikrofonqualität ist für eine Überwachungskamera meiner Meinung nach recht gut. Hört es euch an. Ich befinde mich in 2 Metern Abstand. Diese Mikrofonsensibilität steht auf 10, das ist Maximum. Jetzt machen wir mal eine Tontestaufnahme. Ich gehe jetzt mal auf 3 Meter Abstand und spreche hier ganz normal weiter. Ich gehe mal noch auf 4 bis 5 Meter Abstand. Das sind jetzt ungefähr 4,5 Meter. Hier noch ein wichtiger Tipp, falls ihr bei der Bewegungserkennung Bereiche mit den PER koppelt und der Objekterkennung bzw. Menschen, Tiererkennung usw. Bei den Bereichen kann man 4 Stück definieren. Geht da nicht hin und nimmt ein Bereich fürs komplette ganze Bild, weil da leidet dann die Bewegungserkennung drunter. Das funktioniert dann nicht so optimal. Geht hin und nutzt von mir aus mehrere Bereiche oder zieht den Bereich auf an der Stelle, wo quasi eine Person oder das Objekt das Bild durchqueren muss. So kriegt man dann die besten Ergebnisse. Die Insta 4908, die ist eher hochpreisig angesiedelt, aber die bietet auch sehr viel. Für mich ist sie die nahezu perfekte Überwachungskamera. Wenn da jetzt noch ein Licht integriert wäre, dann wäre sie wirklich perfekt. Der Funktionsumfang, der ist enorm hoch und die Dokumentation wirklich erstklassig. Auch die Verarbeitung ist sehr hochwertig. Insta ist zudem eine deutsche Firma und die Cloud, die befindet sich in einem deutschen Rechenzentrum. RTSP und OnWiV sind verfügbar, das heißt wir können auch Drittanbietersoftware zur Verwaltung unserer Aufnahmen verwenden, zum Beispiel ein NAS oder eben Software wie Blue Iris und Co. Bei Insta hier ist außerdem der Produktzyklus relativ lang. Das ist bei den China-Modellen zum Beispiel selten so. Es gibt auch immer wieder Updates, selbst für ältere Kameras und meine Insta HD6012, die läuft hier immer noch einwandfrei. Wer ein umfangreiches Überwachungssystem plant, das auch jahrelang halten soll, der ist hier genau richtig. Liken, teilen, abonnieren, ich bedanke mich für deine Unterstützung. Du weißt jetzt auf jeden Fall Bescheid, die weiteren Videos, Testaufnahmen, die komplette Funktionserklärung und den Testartikel mit allem nochmal komplett gesammelt, findest du wie immer unten in der Videobeschreibung. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, ich bin raus und ciao.